Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Let's Play Farmer so Traumfrau. Heute mit der Folge 41. Ich bedanke mich ganz doll bei euch für eure lieben und netten Kommentare, eure Likes, die ihr mir dagelassen habt. Das hat mich sehr gefreut. Und ihr seht hier schon unsere Kali. Der geht's absolut unwohl. Sie muss auf Toilette und hat Hunger. Da werden wir sie auch gleich mal losschicken. Es ist Dienstag 22.28 Uhr und wir werden die Familie erst mal ins Bett bringen. Hier ist unser kleiner Ben. Dem geht's eigentlich ganz gut. Kali, dann geh doch bitte einfach auf Toilette. Der kleine Mann, der spielt hier noch. Braucht der noch was? Ne, dem geht's eigentlich wunderbar. Braucht er noch Fähigkeiten? Ja, Bewegung kriegt er wahrscheinlich noch fünf. Denken muss er noch. Du kleiner Mann, du solltest doch hier denken, oder? Spiel mal mit Formen. Fabio kommt auch hoch. Wie geht's dem? Gut. Kali, du müsstest jetzt dir erst mal was zu essen nehmen. Spiel doch nicht mit dem Puppenhaus. Tu mal das verdorbene Essen ausräumen. Hier kommt unser kleiner Erbe, der Felix. Felix, wie geht's denn dir? Ja, der müsste ins Bett gehen. Hausaufgaben hast du die? Ups. Nein, hat er nicht gemacht. Dann gehst du noch nicht ins Bett, sondern machst erst mal deine Hausaufgaben. Das Ei können wir gleich in den Kühlschrank tun. Und wie geht's unserer Kaya? Oh, die muss auch noch Hausaufgaben machen. Und der geht's gar nicht gut, aber das soll sie jetzt trotzdem erst mal machen. Und wir werden die Eier noch in den Kühlschrank packen. Und den Dünger geben wir dem Fabio. Die Schulprojekte können wir verkaufen. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Und hier auch. So, kleiner Mann, du erwirbst die Denkfähigkeit. Und Fabio, du könntest mal, deine Frau hat sich gerade was zu essen gemacht, noch Tierleckerchen machen. Wie geht denn das? Tierrezept kochen. Hausmannskostfutterrezept. Wir machen mal diesen Fischkuchen. Aber das ist kein Leckerli, aber wahrscheinlich gewinnt er diese Fähigkeit erst, oder? Oder was ist denn das eigentlich für eine Aufgabe? Tierleckerchen zubereiten. Klicke auf den Kühlschrank, einen Hühnerstall oder einen Viehstall. Wähle Tierleckerchen zubereiten und die Zutaten, die du verwenden möchtest. Okay, bei manchen muss das erst erlernt werden. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht was haben dann. Jetzt hat er ein Tieressen gemacht. Kali bringt Ben ins Bett. Aber der hat jetzt seine Denkfähigkeit noch nicht erhöht, oder? Doch, super. Felix hat seine Hausaufgaben fertig. Das ist gut. Wie geht's dir? Ja, dir geht's eigentlich gut. Dann kannst du in dein Bett gehen. Und Kaya, du musst noch Hausaufgaben machen, ne? Wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, gehst du duschen und schlafen. Fabio ist auch fertig mit dem Tierleckerchen. Ja, das ist ja kein Tierleckerchen, das ist ja ein Essen. Ich tu das mal in den Kühlschrank. Ja, und Fabio ist jetzt auch ins Bett gegangen. Unsere Kaya muss noch die Hausaufgaben fertig machen. Die hat sie jetzt auch erledigt und wird jetzt noch duschen gehen und dann auch ins Bett verschwinden. Und ich hole euch dann am nächsten Morgen zurück. Guten Morgen, unsere großen Männer sind wach. Die Kinder müssen in einer Stunde in der Schule sein. Fabio muss ganz dringend auf Toilette. Und was ist mit dir, kleiner Mann? Du musst auch auf Toilette, oder? Ne, der geht in die Grundschule. Der kann auch auf Toilette dort gehen. Kaya, du musst aufstehen, jawohl. Abmarsch in die Schule. So, Fabio, was möchtest du kochen? Oh je, der Staubsauger, der brummt schon wieder. Kannst du mal den Müll leeren? Und dann kannst du deine Pfannkuchen fortsetzen. Kali kommt auch. Kali, du musst unbedingt Wäsche machen. Hier stinkt's schon. In die Waschmaschine stecken. So, Kaya und Felix sind jetzt in die Schule gegangen und dann danach hat nämlich heute unser Ben Geburtstag. Jawohl, wenn die wieder aus... Ne, morgen erst. Morgen hat unser Ben Geburtstag. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich hab das Gefühl, ich hab das alles schon mal gemacht. Naja, ist egal. Hab ich vielleicht nicht gespeichert oder so. Oh, sie kann's nicht rein tun. Doch, trockne mal hier die Wäsche und hier Wäsche waschen und dann hatten wir doch auch welche auf der Leine, oder? Nein, sehr merkwürdig. Also, ich verstehe es nicht, aber irgendwas wird schon sein. Kali hat Hunger. Hast du jetzt nur für dich alleine gekocht? Tatsächlich. Gibt's dann das auch noch? Nimm dir mal Reste, Kali. Ach, sie wollte mitkochen, wie süß. Kam aber zu spät. So, jetzt sitzen die beiden hier am Frühstückstisch und frühstücken schön gemeinsam. Isst du jetzt das Fischkuchen mit Rindfleisch? Dieses Tierfutter isst sie jetzt. Okay, der Fabio wird angerufen. Was ist los? Seltsame Wissenschaft. Das Wissenschaftsexperiment von Felix ist im Labor explodiert und es ist ein riesiges Chaos entstanden. Also, das ist unser bester Sohn. Es ist doch nichts passiert. Also, regt euch nicht zu auf. Unser kleiner Ben muss auf Toilette, aber er geht schon von sich aus aufs Töpfchen. Das ist gut so. Und wenn unsere Kali unfertige Hausarbeit Felix schon wieder. Felix schreibt ab. Oh, er hat sogar eine kleine Leistungsverbesserung. Kannst du mal deinem Kindchen etwas kochen? Mach mal ein Milchbrot. Und Fabio, du könntest... Nö, du brauchst hier nichts machen. Du gehst jetzt mal raus und kümmerst dich um die Tiere. Wieder die morgendliche Routine. So, und wo kann man jetzt hier Tierleckerchen zu? Ah, da, Tierleckerchen am Kühlschrank zubereiten. Dann soll er erst mal die Tiere versorgen. Dann kann er das machen. So, Kali, du, die ist voll kokett. Räume bitte hier auf. Sie hat Tierfutter gegessen. Naja, äh, du bist dasselbe schuld. Sehnsucht nach flauschigem Freund. Wieso? Der ist doch... Ist der schon wieder abgehauen? Nö, oder? Nein, der ist nicht abgehauen. Und du, was machst du da draußen? Möchte der Kali zuhören. Aber hast denn du jetzt Essen gemacht? Nein, oder? Wenn ja, wo hast du das hingetan? Tu mal hier Haarbüschel entfernen. Komisch, du hast doch das Essen nicht gemacht, oder? Dein Sohn hat Hunger. Jetzt mach er mal ein bisschen hin. Muss man auf alles aufpassen hier. Ja, jetzt macht es. Es ist beinahe, als würde jemand sein Leben kontrollieren. Wird Fabio seine Träume letztendlich verwirklichen können? Oder wird derjenige, der sein Leben kontrolliert, verhindern, dass seine Wünsche wahr werden? Oh, Ben ist sehr hungrig. Ja, ich weiß. Seine Mama kocht gerade. Fabio, du bist noch nicht fertig mit deinen Tieren. Mach mal noch Eier einsammeln, Stall säubern und Futter in der Nähe verstreuen und das Ganze nochmal. Und hier muss auch nochmal Futter verstreut werden. Hast du nur zwei Eier rausgeholt? Das ist aber sehr merkwürdig. Unsere Hühner legen keine Eier mehr, oder wie? So, das Brot ist fertig. Jetzt kannst du dir was nehmen, kleiner Mann. Hier, guck mal. Nimm dir ein Gericht. So, und sie scheint aber doch nicht mehr schwanger zu sein, oder? Ich glaube, ich habe nicht gespeichert. Aber das kann doch nicht sein. Ich speichere doch immer mein Spiel. Das Brot können wir mal in den Kühlschrank packen. Wie sieht es denn mit unserer Wasche aus? Ausräumen und weglegen. Ich muss direkt mal den Fabio anklicken und hier nochmal reinschauen. Bei Schwangerschaft, Verhütung. Na, das ist drin. Das habe ich angeklickt das letzte Mal, nachdem die miteinander getechtelt haben. Komisch. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Und wenn Fabio jetzt seine Sachen hier fertig hat, wird der sich dann mal um die Tierleckerchen kümmern, denn das war ja das, was wir tatsächlich auch wirklich mal abschließen wollten. Kali, du gehst jetzt zwar duschen, aber tu mal die Wäsche in den Trockner. Felix hat hart gearbeitet und jetzt ist jetzt Zweiergrundschüler und Kaya auch. Wunderbar. Jetzt gucke ich aber vorsichtshalber nochmal nach. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Nein, wir haben Mittwoch und am Donnerstag hat unser Ben Geburtstag. Super. So, Fabio, bist du jetzt fertig mit deinen Hühnern? Jawohl. Aber hier kannst du gleich nochmal Futter verstreuen und dann könntest du mal Tierleckerchen am Kühlschrank zubereiten. Genau. Und dann machen wir Freundschaftsleckerchen. Machen wir eins, weil wir sollen es ja zweimal machen. So, und unsere Kinder, wie geht's denen? Er braucht Spaß. Dann geht doch mal hier, bitten mitzuschaukeln. Die Kaya, macht das doch mal gemeinsam. Und dann könnt ihr eure Hausaufgaben machen. So, Kali, wie geht's dir? Dir geht's eigentlich gut. Du müsstest mal duschen. Das wolltest du vorhin ja schon machen. Wäsche trocknen. Und da ist jetzt frei. Ist da Wäsche drin? Offensichtlich schon. Und da kannst du das in die Waschmaschine stecken. So. Fabio, wieso bist du so dreckert? Kaya hat die Motorikfähigkeit erreicht. Sehr schön. Und da schaukeln sie die beiden. Sehr schön. Was ist denn hier? Hier ist doch auch noch Wasche drin, oder? Fabio, hast du jetzt eigentlich diese Tierleckerchen zubereitet? Nein. Warum nicht? Also gut, wir müssen wieder beobachten, was er tut. Tierleckerchen zubereiten. Freundschaftsleckerchen. Einmal. Machst du das jetzt, Freundchen? Felix hat auch Motorikfähigkeit 3. Super. Und er bereitet jetzt endlich seine Tierleckerchen vor. Sehr gut. So, Kali, Wäsche waschen. Wieso springt die hier so hin und her? Und sie muss noch auf zwei Verabredungen gehen. Das machen wir dann heute auch noch. Hast du jetzt dein Tierleckerchen vorbereitet? Jawohl, eins hat er. Ist das jetzt im Inventar? Ja. Gut, Fabio, dann nochmal das ganze Spiel. Wie geht's unserem Ben? Unser Ben hat Hunger. Dann holen wir dem mal das Brot raus. Nehmen dir mal ein Gericht. Und dann könnte Kali unseren Gartenverkauf eröffnen. Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Mach das mal nicht. So, wir bestücken jetzt mal schnell noch das Inventar von unserem Verkaufsstand. So, und dann, Kali, könntest du mal hier einen Gartenverkauf starten. Ein brauner Hahn ist in die Jahre gekommen. Da kümmert sich gleich der Fabio noch drum. Zu unseren Kindern geht's gut. Du könntest jetzt mal Hausaufgaben machen. Und du, Felix, auch. Super. Kali, und du musst den Stand auch bedienen. Und dann können wir den Gartenverkauf beginnen. Der Geburtstag von Ben naht. Oh, er wird gebadet vom Papa. Super. Hat ihr denn jetzt schon das zweite Tierleckerchen vorbereitet? Ja, super. Ein Ei müssen wir im Kühlschrank packen. Das ist ein Brutei. Stecken wir mal hier in den Stall. Das Brot können wir auch wieder im Kühlschrank tun. Oder hast du noch nichts gegessen, kleiner Ben? Der hat tatsächlich noch nichts gegessen. Öffnen. Ah, er isst's jetzt. Er hat was dabei. Der setzt sich zu den Kindern und isst. Oh, Fabio kümmert sich um die Wäsche. Das ist gut. Was machst du, Tarsilo? Spielst du hier? Irgendein brauner Hahn ist in die Jahre gekommen. Hier, den haben wir. Und wir nehmen wieder Simoleons. Er hat die Wäsche aufgegangen. Super. Und dann musst du hier mal alle gießen. Mit Insektenspray einsprühen. Düngen. Jawohl, das wollen wir machen. Gut. Dann kümmert er sich noch um die Pflanzen. Wie sieht's hier mit unserem Gartenverkauf aus? Ihr schnattert wieder nur, oder? Ja, ja, die schnattern nur. Aber verkauft wird nix. Ja, genau. Ruf mal. So, und du kleiner Mann, oh je, du musst auf Toilette. Ah, Amira, schön, dass du da bist. Aber wir haben jetzt gerade keine Zeit. Der Fabio, der ist hinten im Garten und wir sind vorne am Verkaufsstand. Also du kannst gerne zu uns kommen. Reinkommst du um die Zeit jetzt bitte nicht mehr. Es ist schon spät. Wir müssen unsere Kinder ins Bett bringen. Kaya hat ihre Hausaufgaben fertig und sie muss auf Toilette, hat Hunger und ist müde. Dann muss sie schlafen gehen. So, wie sieht es bei unserem Felix aus? Felix muss auch auf Toilette, der hat aber gerade gegessen. Felix, dann geh mal hier auf Toilette und dann kannst du schon ins Bett gehen. Und du, kleiner Mann, du brauchst noch mal was zum Essen. Das hat nicht wirklich ausgereicht, ne? Ach, Fabio war da gerade dran, deswegen konnte ich das Brot nicht raustun. Hey, wieso gehst du schon schlafen? Komm doch mal schnell runter und nimm dir mal noch ein Gericht. Genau. Nochmal der braune Hahn ist in die Jahre gekommen. Das müssen wir aber morgen machen. So, der Gartenverkauf ist fertig. Räume mal den Stand ab. Nimm dir auch mal was zu essen. Carly hat Informationen zum Thema kräftigende Pflanzenmilch gefunden, die zum Notizbuch hinzugefügt wurde. Okay. Stand hast abgeräumt, jawohl. So, Fabio, wie geht's dir? Aber scheinbar ist sie nicht schwanger. Was hat sie für lauernde Ängste? Sie würde gerne etwas Lustiges machen. Ja, wir machen heute was Lustiges im Bett. Genau, räume bitte alles ab, wenn's geht. Fabio, hilf mal deiner Frau hier aufräumen. Das bitte auch aufräumen. So, Carly, du müsstest mal hier noch bitte sauber machen. Und du, kleiner Mann, bist jetzt fertig. Du kannst mal ins Bett gehen. So, Carly, was ist mit dir? Du gehst dir noch was zum Essen holen. Das ist auch gut. Und Fabio, du könntest mal deine Frau umwerben. Und wir machen das jetzt nochmal. Wir machen nochmal ein Techtelmechtel. Jetzt habe ich ja geguckt, wenn sie noch nicht schwanger ist, vielleicht ist sie doch nicht schwanger. Keine Ahnung, was da nicht geklappt hat. Ich mein, ich bin froh. Fabio kennt jetzt die Techtelmechtelinteressen von Carly. Das ist gut. Das sollen die beiden sich vergnügen. Und du, kleine Maus, kannst du das abwaschen genau und kannst du das auch gleich noch aufräumen. Und dann kannst du ins Bett gehen. Ich hoffe, die Eltern sind fertig, bevor die Tochter hochkommt. Aber sie wird es auch nicht sehen, weil die Türen sind ja zu und sie geht ja ins Bett. Jawohl. Und wenn die Familie dann ausgeschlafen hat, sehen wir uns wieder. Jetzt steht's da halt. Stopp, 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 stopp. Jetzt stand's da. Hat ein Kondom verwendet. Juhu. Felix ist wach geworden. Felix, geh mal schlafen. Komm, schnell. Wir sehen uns erst am nächsten Morgen wieder. Bis gleich. Guten Morgen. Es ist 7.40 Uhr. Unsere Kinder müssen die nicht in die Schule. Ne, die müssen erst um 8 Uhr in die Schule. Ja, in einer Stunde müssen die Kinder in der Schule sein. Äh, was machst du? Okay, badest du oder duschst du? Geh mal bitte duschen. Das geht schneller und dann kannst du dich ums Frühstück kümmern. Wenn du geduscht hast, mach mal wieder Pfannkuchen. Da haben wir alle Zutaten da. Oh, heute ist ein wunderschönes Wetter. Sehr schön. Carly ist auch schon wach. Carly muss auf Toilette. Das soll sie machen. Und dann kannst du gleich mal vorm Essen noch die Kinder gehen in die Schule, sehe ich gerade. Kann sie noch die Wäsche abnehmen und neue Wäsche in die Wäschmaschine stecken. Ein weibliches Küken ist zu einer Henne herangewachsen. Wie schön. Carly und Felix sind zur Schule gegangen. Super. Was hast denn du? Okay, er braucht Zuwendung. Machen wir gleich, wenn wir die Wäsche gemacht haben. So, und unser Ben, der könnte mal schon aufstehen. Und Carly, wenn du das gemacht hast, könntest du mal zum Essen rufen. Da kann nämlich unser Ben auch kommen. So, Fabio, du setzt mal die Wäsche an, räumst hier die Wäsche raus und legst die weg. Und dann kümmerst du dich wieder um deine Hühner. Morgen ist Liebestag. Ein Hase ist da. Kontaktknüpfen nach Brambewood fragen. Kann er ihn in wilden Hasen beobachten? Fabio, mach das mal schnell. Och süß. Oder ist noch ein Hase? Kannst du ihm eigentlich schon ein Leckerchen geben? Ein Geschenk geben? Kann man... Nein, das kann man nicht machen. Kontaktknüpfen? Nein, kann man ihm... Warum kann man ihm... Wo kann man denn ihm ein... Ah, da, Geschenk. Geschenk geben. Wir müssen Karotten schnell aus dem Kühlschrank holen. Öffnen. So, eine Karotte dem Fabio geben. Fabio, wo bist du? Gib ihm mal ein Geschenk. Geschenk geben. Obst und Gemüse geben. Eine Karotte. Fabio, wo bist du? Schnell, komm. Wir müssen unsere Dings da erfüllen. Du weißt schon. So, und zählt das jetzt? Ja, jetzt kannst du pieseln gehen. Ja, es hat gezählt. Super. Also, Ben, du brauchst zwar Spaß, aber aufs Töpfchen gehen ist wichtiger. Geh mal aufs Töpfchen. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Carly. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Thomas Watson besser kennenlernen sollte. Er scheint doch recht nett zu sein. Ja, ich denke, du solltest am Ball bleiben. Was machst du jetzt, Carly? Du könntest mal oben den Staubsauger reparieren, beziehungsweise nicht reparieren, den Müll leeren und dann bitte den Reparaturservice anrufen. So, Fabio, stopp. Kannst du dem Hasen hier auch noch ein Geschenk geben? Obst und Gemüse geben. Geben wir ihm mal Weintrauben. Ob das auch geht? Ah, jetzt kommt er. Und? Klappt das auch nochmal? Bitte schön. Und? Jawohl, zwei Geschenke schon gegeben. Finden wir noch einen. Jetzt tun wir erst mal hier weiter Eier einsammeln, Futter in der Nähe verstreuen und den Stall säubern. So wie immer. Und das müssen wir hier natürlich auch noch machen. So, und irgendein Hahn ist in die Jahre gekommen. Oh Gott, die sind aus unglücklich und ausgehungert. Oh wei, oh wei. Du bist der Senior. Dich tauschen wir ein. Wieso gibt es da bloß 50 Simoleons? Wir machen mal wieder Zutaten und Erzeugnisse, denn die können wir ja dann auch noch verkaufen, eventuell. So. Gut, dann ist der Fabio beschäftigt. Und Carly, du solltest dich mal mit unserem kleinen Kerlchen hier beschäftigen. Spiel mal mit dem Laserpointer, lobe ihn mal, rede mit ihm. Und dann kannst du ihm noch ein Leckerchen geben. Jawohl. So. Unsere Hasen sind leider weg. Wenn du das gemacht hast, Fabio, musst du da jeden alle gießen. Hier haben wir eine Karotte. Die ernten wir natürlich, denn da brauchen wir wieder welche für die Hasen. Einmal müssen wir das nur noch machen. So. Dann dürfen wir eins nicht vergessen. Unser kleiner Mann, unser Ben, hat heute Geburtstag. Jawohl. Ich würde sagen, den feiern wir heute noch. Dazu brauchen wir aber einen Kuchen. Da machen wir einen Zombie-Kuchen. Aber ich sehe gerade, ich habe das die Carly angeklickt. Das muss aber der Fabio machen. Fabio, ernte mal bitte die Karotten. Okay, das möchten wir machen, ja. Also Karotten ernten, die Erdbeeren ernten. Er hat übrigens so hohe Gartenfähigkeit, dass er Mega-Verkauf machen kann. Das machen wir jetzt aber nicht. Aber alle gießen. Und hier muss er alle jäten. Felix ist von der Schule gekommen. Und Kaya ist von der Schule gekommen. Und der braune Hahn wurde gegen Zutaten eingetauscht. Da können die mal gleich zu ihren Hühnerställen gehen und mal noch Futter verstreuen. Felix, du auch. Kali, wo bist du? Hast du den Kuchen gemacht? Nee, mach mal weiter, komm. Zombie-Kuchen fortsetzen. Ja, du hast heute gebotzt, da kleiner Mann. Oh ja, das duftet gut, ne? Fabio, hast du alles gemacht im Garten? Ja, super. Manche Karottenpflanzen wachsen hier irgendwie nicht. Oh, Erdbeeren ernten und gegen Käfer einsprühen musst du auch noch. Halt, stopp. Du, Fabio, sollst das noch machen. Erdbeeren ernten und Gebiet mit Insektenspray einsprühen. So, und bist du jetzt fertig mit dem Kuchen? Jawohl. Dann füge mal bitte da Geburtstagskerzen hinzu. Das geht wieder nicht, weil der nicht richtig steht, oder? So, dann mach mal Geburtstagskerzen. Muss ich in der Mitte einer Theke befinden. Okay, jetzt Geburtstagskerzen hinzufügen und dann packen wir den in unseren Korb rein. Okay, dann tun wir den im Inventar platzieren und dann gehst du mal zu deinem Mann und bittest um eine Verabredung. Also nee, das machen wir nicht. Wir reisen wieder mit der ganzen Familie und zwar wieder zum Picknick und dort können wir dann eine Verabredung machen. Wir nehmen wieder die Nadja mit, Fabio logischerweise, die Anja, die Mama, die Kaya, die Amira. Ja, auch Felix können wir nicht mitnehmen. Dann bleibt Nadja zu Hause und wir nehmen Felix mit, weil Amira hat mehr Freundschaft und Anja auch. Gut. So, ich bin erst mal wieder zurück. Ihr merkt schon, ich bin nicht gereist. Irgendwie hing mein Spiel fest. Ich habe jetzt noch mal alles nachgespielt. Wir haben jetzt Donnerstag, das heißt, unser Ben hat Geburtstag. Er hatte noch keinen Geburtstag. Der Fabio ist gerade noch im Garten und Ben hat aber Level 4 der Fantasiefähigkeit noch erreicht und die Hausaufgaben klappen wieder nicht. Also die konnte ich noch nicht machen. Das heißt, die sind beide keine Zweierschüler, sondern Kaya ist eine Dreiergrundschülerin. Ich glaube aber, dass das nicht so schlimm ist. Da geht es gerade schlecht. Die soll noch ein bisschen schaukeln. Und unser Felix, der ist jetzt auch zu Hause. Der war nämlich auf Exkursion. Wie gesagt, Fabio bringt den Garten noch in Ordnung. Hier in unserem Picknickkorb haben wir unsere Geburtstagstorte. Das soll mal die Kali im Inventar platzieren. Und was uns auch noch fehlt beim Fabio, das habe ich nicht nachspielen können. Er muss noch drei Geschenke verteilen, also nicht mehr zwei. Ja gut, aber das werden wir sehen. Das gucken wir uns dann an. Ich sehe jetzt sicher auch keinen Hasen, der rumrennt. Es war bloß einer da. Hier haben wir wieder ein Tiergeschenk. Das tun wir beim Fabio rein. Und hier fehlt schon wieder Futter. Kaya, es ist Sporttag. Du kannst mal Futter in der Nähe verstreuen und Eier einsammeln nochmal. Sind hier auch nochmal Eier drin? Ja. Dann Fabio, du bist auch fertig. Dann sammel hier mal nochmal die Eier ein. Hier ist Futter da. Und hier nochmal die Eier einsammeln. Und dann würde ich sagen, können wir verreisen. Beziehungsweise bevor wir verreisen, speichere ich diesmal erstmal, damit das nicht wieder schief geht. Ich hoffe, das funktioniert. Der Korb ist eingepackt. So, was hast du Kaya für Eier rausgeholt? Okay, die packen wir in den Kühlschrank. Und Fabio ein Brutei. Das können wir hier reinlegen. Die anderen Eier packen wir hier rein. Karotten für die Geschenke und Erdbeeren haben wir. Schauen wir mal. So, dann. Es ist 18 Uhr. Wir müssen jetzt wirklich gleich den Geburtstag feiern. Ich speichere erstmal das Spiel. So, und jetzt hoffe ich, dass das geklappt hat. Und wir. Felix hat Kreativfähigkeit 4. Ich traue mich irgendwie nicht. Aber wir reisen jetzt trotzdem. Wir gehen wieder in diesen Park und nehmen unsere besten Freunde mit. Die Amira, logischerweise unsere Kinder und unsere Mama auch. So, können wir noch jemand 2, 7? Nein, wir können mehr nicht mitnehmen. Dann reisen wir los. So, diesmal hat es geklappt. Wir sind alle wieder angekommen. Übrigens, unsere Kali ist plötzlich auch wieder schwanger. Obwohl der Fabio eingestellt hat, wie gesagt, hier bei Schwangerschaft Verhütung Kondome automatisch anlegen. Also, das heißt, das ist wahrscheinlich noch aus dem letzten Spielstand. Da, wo ich aufgenommen habe, hat es ja so ausgesehen, als wäre sie nicht schwanger, denn sie hat hier für zwei Essen. Also, da hat sich doch nichts geändert. Jetzt wollte ich gerade sagen, wo ist denn unser kleiner Ben? Aber hier ist unser Schnuck hier. So, dann würde ich sagen, das sind noch die Reste von unserem letzten Geburtstag. Wir holen mal unsere, unseren Picknickkorb raus und unsere Geburtstagstorte stellen wir da hin. Machen wir mal Play. Und dann sollen sie mal alle hierher kommen. So schön hier drin in dem Wald. Halt, Stopp, ich habe einen Fuchs gesehen. Und zwar hier hinten. Vielleicht kann da der Fabio dem ein Geschenk geben. Ja, probieren wir mal. Dem mal eine Karotte. Mag der Karotten? Nee, Erdbeeren nehmen wir lieber, oder? Wir probieren es mal lieber mit Erdbeeren. Weil dann hätten wir unsere zwei Sachen tatsächlich auch erledigt. Kriegt der da gleich sechs Erdbeeren? So, er wartet. Geburtstagskerzen sind auf unsere Torte drauf. Also, so, dass da nichts passieren dürfte normalerweise. Und Fabio, kommst du? Und klappt das? Oh, er legt es ihm vorsichtshalber hin. Jawohl, er hat das zweite Geschenk gegeben. Und er mag es. Er haut ab. Super. Gut, dann, wer bist du? Janett. Okay. Oje, und hier wird wieder Chaos angerichtet. Amira hat gekocht. Das ist schön. Dann geht es nicht von unserer Haushaltskasse. Und Kali, du kannst jetzt mal unseren kleinen Mann älter werden lassen. Helfen, Kerzen auszublasen, unserem kleinen Ben. Wir gucken noch mal schnell. Jawohl, er hat tatsächlich Geburtstag. Kaya hat Level 3 der Kreativitätsfähigkeit. So. Und? Juhu, er ist älter geworden. Hat Motorikfähigkeit 2 bekommen. Mental 1. Kreativität 2 und Sozial 2. Und wir klicken mal nochmal Merkmal zufällig wählen. Liebt die Natur, das ist super. Und dann nehmen wir ein Bestreben. Ich würde sagen, ihm geben wir Charmeur und liebt die Natur. Wir geben ihm Sozial. So, da ist unser kleiner Mann. Den müssen wir natürlich umstylen. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Ben. Und jetzt werden wir Kalis bestreben auch noch fortführen. Kali braucht nämlich noch eine Verabredung. Die wischt hier auf. Die macht gleich Ordnung. Fabio, wo bist du? Da. Um Verabredung bitten. So. Und? Möchtest du mit mir eine Verabredung machen? Ja, wir gehen aber wieder dorthin. Wir wollen uns ja nicht von der Geburtstagsgesellschaft entfernen. So. Na dann, macht mal. Aufreizend posieren. Von bevorstehender Hochzeit schwärmen. Flirten müssen wir mit dir. Das machen wir doch. Einen Kuss hauchen. Und flirten. Jawohl, das haben wir schon geschafft. Dann küssen wir die Verabredung noch. Küssen. Sitzen und mit Verabredung sprechen. Da hocken die sich mal hier hin. An diesem Tisch am besten. Hier sitzen und plaudern. Und die sitzen hier schön zusammen. Unser Geburtstagskind, der isst schon seinen Kuchen. Amira planscht da hinten im Wasser. Aber an dieser Stelle werde ich den Part beenden. Es hat jetzt doch noch alles funktioniert. Gott sei Dank. Ich werde mich um die Verabredung offline kümmern. Werde dann wieder mit der Familie heimreisen, die alle ins Bett packen. Mehr mache ich da nicht. Und wir sehen uns dann am nächsten Freitag. So hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid. Am nächsten Morgen, also am Freitagmorgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss und ciao.